Der Situationsansatz ist ein von Jürgen Zimmer entwickeltes sozialpädagogisches Konzept des situationsorientierten Lernens, dem ein lebensweltorientiertes Verständnis von Erziehung und Bildung zugrunde liegt. Ziel der pädagogischen Arbeit ist es, Kinder verschiedener sozialer Herkunft und mit unterschiedlichen Lerngeschichten zu befähigen, in Situationen ihres gegenwärtigen und künftigen Lebens möglichst autonom und kompetent denken und handeln zu können. Besonders interessant ist der Ansatz vor dem Hintergrund, dass es wohl auch heute noch das am weitesten verbreitete Konzept für den Kindergarten in Deutschland ist. Die Theorie hinter dem Ansatz lernt ihr in diesem Video kennen. Mit der praktischen Umsetzung des Konzepts beschäftigt ihr euch in einem zweiten Video. Leben heißt lernen, dass wir uns Zeit nehmen müssen, wenn wir welche haben wollen, dass wir verantwortlich sind für Gedachtes und Nicht-Gedachtes, Gesagtes und Nicht-Gesagtes, Getanes und Nicht-Getanes. Dass der Sinn des Lebens darin liegt, immer die Liebe und das Leben im Sinn zu haben. Leben heißt lernen, dass es nicht darauf ankommt, ob wir uns etwas schenken, sondern darauf, ob wir imstande sind, uns gegenseitig etwas zu geben. Dass das Wesen des Lebens die Veränderung ist. Dass wir Liebe sehen müssen, wenn wir Liebe ernten wollen. Leben heißt lernen, die Kunst der Gelassenheit auszuüben. Das Weglassen, das Zulassen, das Loslassen. Dass die schwierigste Aufgabe unseres Lebens darin besteht, nie aufzugeben, dass unser Menschsein untrennbar mit dem Mensch werden verbunden ist. Der Titel des eben zitierten Gedichts kann als ein Leitgedanke des Situationsansatzes aufgefasst werden, denn Leben und Lernen sind auch im Selbstverständnis dieses Konzepts untrennbar miteinander verbunden. Lernen erfolgt im Situationsansatz vor allem durch aktives Handeln von Kindern in alltäglichen Lebenssituationen. Hierbei handelt es sich um ein Bildungsverständnis, das sich nicht auf die theoretische Vermittlung von Missen beruft, sondern ein Lernen im gemeinsamen Tun und Zusammenleben betont. Um dieses Bildungsverständnis besser nachvollziehen zu können, ist ein kurzer geschichtlicher Abriss notwendig. Entstanden ist das Situationsansatz in den 1970er Jahren in Deutschland. Durch erste internationale Vergleichsstudien und empirische Befunde wurde damals die Bedeutung der frühen Förderung für den weiteren Bildungserfolg erkannt. Kinder sollten in den Kindergärten nicht einfach nur verwahrt, sondern von klein auf gefördert werden. Aber wie? Die Tendenzen gingen damals vor allem in zwei unterschiedliche Richtungen. Die einen vertraten die Auffassung, dass eine frühe Förderung vor allem durch ein Funktionstraining gelingen kann. Hierfür wurden Programme zum frühen Lesenlernen, zum Sprachtraining und zur Frühmathematik entwickelt. Die anderen plädierten für eine ganzheitliche Förderung, die sich eben nicht auf ein Training bereichsspezifischer Funktionen beschränkt und bei der vor allem ein soziales Lernen betont wird, also ein Lernen miteinander und mit gesellschaftlichem Bezug. Zu den anderen zählte auch Jürgen Zimmer. In der Arbeitsgruppe Vorschulerziehung entwickelten er und sein Team am Deutschen Jugendinstitut in München den situationsorientierten Curriculum-Ansatz, dessen Schwerpunkt im Auffinden und Bearbeiten bestimmter Lebenssituationen des Kindes liegt. Die ideengeschichtlichen Wurzeln des Situationsansatzes sind weit verzweigt. Stellvertretend will ich einige wenige Ideengeber hier kurz benennen. Grundlage der pädagogischen Arbeit ist ein humanistisch geprägtes Menschenbild, das beispielsweise auf Carl Rogers oder Janusz Korczak zurückgeführt werden kann. Die Bedeutsamkeit des Gemeinwesens für das Leben und Lernen wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts von John Dewey betont. Zu Dewey habe ich ebenfalls ein Video veröffentlicht, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Zuletzt sei noch auf den Einfluss von Saul Robinson verwiesen. Er war 1964 Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und entwickelte in Kritik an die damaligen Lehrpläne, die seiner Auffassung nach nichts anderes waren als Stoffsammlungen, gemeinsam mit Jürgen Zimmer und anderen das Strukturkonzept der Curriculum-Revision. Die Innovation des Begriffs Curriculum lag in der begründeten Verknüpfung von Lernziel, Lerninhalts und Lernorganisationsentscheidungen, was natürlich weit über eine reine Stoffsammlung der damaligen Lehrpläne hinausging. Mit Blick auf die Ideen von Robinson, vielleicht wieder auch Robinson ausgesprochen, wird auf jeden Fall, wie ich finde, die Abgrenzung des Situationsansatzes von der theoretischen Wissensvermittlung und die Betonung eines Verständnisses von Lernen als aktives Tun in konkreten Lebenssituationen nachvollziehbar. Auf das Bildungsverständnis hatte ich in Anknüpfung an das Gedicht zu Beginn des Videos verwiesen, worauf ich hier im Zuge der Geschichte des Situationsansatzes auch noch aufmerksam machen möchte. Er ist nicht nur aus den Ideen und Impulsen einzelner Akteure heraus entstanden, sondern baut auch auf den Erkenntnissen der Bindungsforschung, der Entwicklungspsychologie, der Bildungsforschung und der Neurologie auf. Okay, beenden wir die Geschichtsstunde an dieser Stelle und vertiefen wir unser Wissen über das pädagogische Konzept, indem wir zunächst einen genaueren Blick auf den zentralen Begriff des Ansatzes werfen, nämlich den Begriff der Situation. Christa Preising, die eine entscheidende Rolle bei der Fortentwicklung des Ansatzes gespielt hat, schreibt über den Begriff der Situation, dass dieser mehrdeutig bleibt und theoretisch wie praktisch nicht leicht zu fassen ist. Ihrer Auffassung nach wird er landläufig verwendet, um zu bezeichnen, wie wir uns in unserer Welt aktuell erleben und empfinden. Mit dem Begriff der Situation wird also auf die Verbindung zwischen den Individuen auf der einen Seite und der kulturellen und sozialen Lebenswelt, in die die Individuen eingebunden sind, auf der anderen Seite aufmerksam gemacht. Es passt natürlich wunderbar zu dem bereits vorgestellten Bildungsverständnis des Situationsansatzes, ist aber für die praktische Arbeit im Situationsansatz sehr unkonkret. Womöglich habt ihr im Zusammenhang mit dem Situationsansatz schon mal von dem Begriff der Schlüsselsituation gehört. Schlüsselsituationen sind solche Situationen, die für die gesamte Person in ihrer biografischen Entwicklung von besonderer Bedeutung sind und ihr Leben prägen. Schlüsselsituationen bilden den Ausgangspunkt pädagogischer Planungen im Situationsansatz. Wie ihr Schlüsselsituationen erkennen und danach arbeiten könnt, erfahrt ihr im zweiten Video zum Einsatz. An dieser Stelle möchte ich gemeinsam mit euch die Frage klären, was der Situationsansatz eigentlich will. Mit dem Wissen, das ihr euch bisher angeeignet habt, lässt sich die von Preising formulierte übergeordnete Zielsetzung des Situationsansatzes nachvollziehen. Die Ziele des Situationsansatzes gründen sich auf ethisch-normativen Überzeugungen innerhalb einer demokratisch verfassten Gesellschaft und auf einer Analyse künftiger gesellschaftlicher Entwicklungen. Unter Beachtung entwicklungspsychologischer Erkenntnisse ist herauszuarbeiten, welche Kompetenzen vom jüngsten Alter an gefördert und unterstützt werden, damit Kinder in ihrer Lebenswelt jetzt und zukünftig bestehen und die Gesellschaft aktiv mitgestalten können. Übergeordnetes Erziehungsziel ist also die Förderung der Kompetenzen der Kinder, die Preising in vier Bereiche aufschlüsselt, nämlich die Ich-Kompetenz, die soziale Kompetenz, die Sachkompetenz und die lernmethodische Kompetenz. Diese vier Kompetenzbereiche leiten das pädagogische Handeln der Erzieherinnen und Erzieher im Situationsansatz. Im Zusammenhang mit den übergeordneten Erziehungszielen des Situationsansatzes liest man auch immer wieder die Begriffe Autonomie, Solidarität und Kompetenz, die auf Jürgen Zimmer zurückgehen. Nach meinem Verständnis gibt es hier aber keinen Widerspruch, da sich der Begriff der Autonomie, verstanden als Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und Eigeninitiative, in die Ich-Kompetenz einschließen lässt und der Begriff der Solidarität, der darauf aufmerksam macht, dass jeder einzelne von uns Teil einer Gemeinschaft ist, in der Sozialkompetenz aufgeht. Etwas nähere Informationen zu den Kompetenzbereichen vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen findet ihr im Skript zu diesem Video, das ich euch in der Beschreibung verlinkt habe. Nachdem ihr nun eine Vorstellung vom Bildungsziel des Situationsansatzes entwickelt und die übergeordnete Zielsetzung kennengelernt habt, werfen wir abschließend noch einen kurzen Blick auf die Rolle des Kindes und die Rolle der pädagogischen Fachkraft. Im Situationsansatz werden Kinder als eigenständige Akteure ihrer Entwicklung gesehen. Von Geburt an bringen die Kinder Potenziale mit, um sich die Welt auf ihre Art und Weise anzueignen und mit ihr in einen Austausch zu treten. Die Kinder müssen also nicht erst autonom, solidarisch und kompetent gemacht werden, sie sind es schon. Was bedeutet das jetzt für die pädagogische Fachkraft im Situationsansatz? Zunächst kann die Rolle der Erzieherin im Verhältnis zu den Eltern und Kindern als Bezugsperson verstanden werden. Sie schafft die Rahmenbedingungen, in denen sich das selbstaktive und kompetente Kind verwirklichen kann. Außerdem ist sie, wie die Kinder und Familien auch, Lehrende und Lernende zugleich. Lernen ist ein gemeinsamer Erfahrungs- und Kommunikationsprozess. Ein Bild über die Lernprozesse des Kindes kann sich die Erzieherin nicht alleine machen, da die Familien und die Kinder selbst ebenfalls als Experten verstanden werden. Stellt man das Bild vom Kind und das Bild der pädagogischen Fachkraft gegenüber, wird deutlich, dass die Erzieherin im Situationsansatz keine besondere Machtposition innehat. Die Hierarchien zwischen den einzelnen Kita-Akteuren, also beispielsweise auch die zwischen pädagogischen Fachkräften und Eltern bzw. Familien sind flach. Zu den Aufgaben der Erzieherin im Situationsansatz gehören unter anderem das Erkunden der aktuellen Interessen und Anliegen der Kinder, z.B. durch Beobachtung oder durch den kollegialen Austausch, die Überprüfung der Bedeutsamkeit aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen für die Kinder, die Entwicklung konkreter Ziele unter Berücksichtigung der Kompetenzbereiche und dann natürlich noch die konkrete Arbeit mit den Kindern im Alltag, bei Aktivitäten oder auch bei Projekten, wobei hier die drei erstgenannten Ziele zu berücksichtigen sind. Ihr seht also, den pädagogischen Fachkräften im Situationsansatz wird viel abverlangt und das alles neben den ganzen anderen Anforderungen, denen die Kolleginnen und Kollegen in ihrer täglichen Arbeit gerecht werden müssen. Mir ist übrigens bewusst, dass ich hier im Video meistens die weibliche Form verwendet habe. Das habe ich einfach der Einfachheit halber getan. Natürlich sind männliche Erzieher hier auch jeweils mit gemeint gewesen. Mich würde an der Stelle jetzt noch eure Meinung zum Konzept interessieren. Also was sagt ihr zum theoretischen Anspruch des Situationsansatzes? Sind die mit dem Ansatz verbundenen Aufgaben realisierbar oder ist das alles im Hinblick auf die gegebenen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar? Und welche Alternativen seht ihr denn? Gut, das war es zu diesem Teil. Wie praktisch nach dem Situationsansatz gearbeitet wird, erfahrt ihr im zweiten Teil. Wenn ihr euch für andere sozialpädagogische Konzepte interessiert, dann werft gerne einen Blick in diese Playlist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.